Herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf meinem Podcast. Fabian und Fritz, wieder am Start. Hast du ein Thema mitgebracht? Ja, was geht. Erstmal herzlich willkommen auf meiner Seite. Ja, tatsächlich habe ich ein Thema. Wir haben ja darüber geredet gehabt, worüber wir immer wieder philosophieren und sprechen wollen. Und zwar Thematik. Wie siehst du das Ganze mit Kinder, Instagram, Social Media und Co.? Dass ja wirklich gefühlt jeder Content createn kann. Also auch einfach hochladen kann, was er will. Und das auch macht. Und tatsächlich auch, ja, man muss das Ganze ja auch so sehen, dass da ja auch viel Falschinformationen verbreitet werden können. Und natürlich auch dementsprechend Hate Kindern gegenüber kommen kann. Oder allgemein. Ich sage mal so, jeder muss sich ja dessen bewusst sein, dass wenn er Content createt, ja, auch Hate abbekommt. Wer seinen Kopf aus dem Fenster schreckt, kriegt Wind ab. Fertig. Wollen wir nicht drüber reden. Wissen wir beide ganz gut. Und ich habe dazu mal einen TikTok gemacht. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal das ganze Thema aufzumachen. Es gibt einen Jungen, der ist 13 Jahre alt, bezeichnet sich selbst als Bodybuilder. Hat einen Gym noch nie von innen gesehen. Oder zumindest lange Zeit nicht. Ich glaube, jetzt hat er irgendwann mal angefangen. Und der trainiert nur mit einer langen Handel zu Hause. Und postet das Ganze immer auf seinen TikTok und Instagram Account. Und hat sehr, sehr viel Views dadurch bekommen. Und gibt mittlerweile Supplement-Tipps und Trainingstipps. Wobei er selber die Ausführung komplett falsch macht. Wo du sagst, Alter, du machst alles, aber nicht den Ziehmuskel. Und sein großer Bruder unterstützt ihn dabei. Der gefühlt auch keine Ahnung hat, was er da macht. Und das habe ich halt thematisiert. Und das Lustige ist, er hat in seinem Namen ein Steroid als Namen. So wie wenn du dich, keine Ahnung, Boldenonen-Fritz nennen würdest. So nennt er sich quasi mit 13. Und da frage ich mich, wo sind die Eltern, die sowas kontrollieren? Und wo ist da irgendwo ein System dahinter, was sowas auch vielleicht, oder Richtlinien, wo man sagt, ey, ich kann mich doch auch nicht Alkohol-Achim nennen. Und als 14-Jähriger und dann einfach so Content-Createn über Alkohol-Konsum. Weißt du, ich meine, also irgendwo. Also ich glaube, du dürfst, ich glaube, den Richtlinien entsprechen, dürftest du es sogar machen. Meinst du? Aber Alkohol ist ja in dem Fall, ja, ab 18. Ja, aber ein Steroid ist ja auch illegal. Ja. Also immer, ne, Arzneimitteschutzgesetz, das. Nein, Testosteron zum Beispiel ist ja nicht illegal. Nennst du dich jetzt Testosteron-Toni? Aber es ist nicht ohne Rezept frei verkäuflich, auch wenn man das sehr leicht bekommt. Ja, das ist was anderes. Es ist aber nicht legal, genauso wie Cannabis, ja. Also Cannabis-Casten zum Beispiel. Ja. Wäre, also das wäre, ich glaube schon, dass du dich nennen kannst, wie du willst, weil die Plattform das nicht reguliert. Absolut. Aber dann, wie gesagt, es gibt halt Leute, wo ich sage, die haben vielleicht auch irgendwo die Expertise und können auch auf eine lange Zeit zurückblicken und können sagen, okay, ich traue mir das zu, Leuten einen Tipp zu geben, weil ich vielleicht selber aus meinen eigenen Fehlern gelernt habe und vielleicht schmerzlich lernen musste. Ja, Brustabriss oder was auch immer, weil er falsch gebangt drückt oder falsche Stellung der Gelenke und Co. Und einfach zu viel Zug auf die Brust geholt oder, oder, oder. Und das einfach thematisieren, finde ich gut. Und präventiv einfach, aber wenn du dann jemandem Tipps gibst und das so selbstbewusst sagst, dass andere das entgegennehmen, weil ich sage, es gibt viele Gym-Anfänger und gerade in diesem Alter 13, 14 kommt das häufig auf, dass man sagt, okay, man interessiert sich dafür. Jetzt durch Social Media, CBAM, OS und Co. ist das auf der Pike, ja, dass Leute sagen, oh, ich will auch in die Richtung gehen. Das ist echt wieder groß geworden. Ja. Zwischendurch war das so, also wir haben ja immer so diese Phasen und wir sind gerade wirklich wieder. In so einem extrem High. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, also es gibt so ein bisschen die Gegenbewegung von so dieses Body Positivity, obwohl die meisten Brands, das wird auch schon wieder weniger. Ich habe das Gefühl, es geht wieder viel mehr Richtung jetzt Fitness und Krafttraining. Aber so alle wollen so ein bisschen Powerlifting machen. Die neue Generation, die ins Gym kommt, ich sage mal Generation Alpha oder so, whatever, wie die heißen. Da sehe ich jetzt schon, okay, viele wollen pumpen, viele wollen auch wieder hart arbeiten, was ich eigentlich ganz geil finde. Grundsätzlich muss man ja sagen, also Social Media auf der einen Seite, es ist ja vollkommen klar, dass sozialer Status irgendwie immer dazu führt, dass man eine gewisse Vorbildfunktion hat. Also genauso hast du einen weißen Kitter an und bist Arzt, dann vertraut dir die ältere Generation dieses Landes erstmal relativ viel an, guckt dir Liebschau und Bracht an. Ich meine, der Typ ist Automechaniker, der hat nichts mit Medizin zu tun und gibt halt Übungen raus, die mechanisch systematisch sogar durchaus ein bisschen Sinn haben. Es bringt nur keine nachhaltige Veränderung und er bringt zum Beispiel durch sein Auftreten zumindest eine ganze Menge älterer Menschen dazu, zu merken, wenn sie ihren Körper bewegen, dann kann sich was verändern. Dass es überhaupt nicht nachhaltig ist und dass der unternehmerisch ganz schlau ist, dass er dann so da Faszienrollen und so mitverkauft und so, das sei mal dahingestellt. Aber die Leute machen dadurch erstmal was. Auf der anderen Seite machen sie halt nur ein bisschen was. Und dann verändert sich auf Dauer aber wenig, weil ihnen vorgegaukelt wird, du musst ja nur diese Position einnehmen für einmal 60 Sekunden. Aber die Leute vertrauen ihm halt. Gleiches ist dann mit jemandem, der jung ist und schon Muskeln hat. Ich meine, Johnny Münster ist zum Beispiel ein krasses Beispiel. Der ist ja auch noch nicht so alt jetzt. Ist das in der 24? Ja, der wird jünger sein als ich oder jetzt auch der. Also ich meine generell, so rund um Johannes, Lukas, muss man ja sagen, da sind ganz viele Junge. Und ich glaube schon, dass das eine Vorbildsfunktion hat erstmal für andere. Andere wollen so sein wie die und die orientieren sich dann daran. Und irgendwie geht es, ich meine, auch wenn es in den Videos immer nur darum geht, ich habe das nächste zwölfjährige naturale Supertalent und der beugt jetzt 200 Kilo, okay. Aber so funktioniert ja am Ende irgendwie Identifikation, dass jemand sagt, ey, ich könnte so sein oder ich möchte gerne so sein und bewege mich dann so hin. Das ist genauso wie das früher an der Schule, überleg mal bei uns, irgendwie ab 6 hat irgendwie jeder geraucht. Also schon so ab so 9. Klasse oder so war Rauchen irgendwie cool. Das war aber dieses Gruppenzwang, Mitläufer-Ding, so. Aber ich weiß nicht, ob Social Media so viel anders ist. Nee, das ist es nicht tatsächlich, aber jetzt anders gefragt. Sagen wir mal, du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht mit einem Johnny Münster, der auch jung ist, aber. Hier ist es aber, Johnny Münster war ja relativ früh auch mit Heiko Kalbach, mit einem Johannes Lukas, die sehr kompetent sind in dem, was sie machen. Und das heißt, der hat relativ schnell auch gute Informationen in sich einsaugen können. Und wenn du die dann weitergibst, bin ich absolut vollkommen okay damit, ja. So, und wie du sagst, der hat Muskeln, der kann irgendwie auf irgendwas zurückgreifen, wo du sagst, okay, der wird schon wissen, was er da macht. Wenn du jetzt aber einen Jungen hast, der absolut gar nicht muskulös aussieht, der irgendwie aussieht, als wenn er wirklich gerade sein Gameboy ausgemacht hat und einfach sich vor die Kamera gestellt hat, weiß ich nicht, macht das, nimmst du den dann als Vorbild oder hat er so viel Credibility, dass du sagst, ja man, der wird auf jeden Fall recht haben, wenn er sagt, beim Bankdrücken muss ich meine Ellenbogen über die Ohren haben. Aber denkst du denn, dass Leute sich die Tipps dann zu Herzen nehmen? Das Problem ist, ich glaube schon, ich glaube schon, dass ein anderer 13-Jähriger, der noch nie im Gym war, sagt, ey, der ist ja so alt wie ich, ich mach das mal so wie der, weil der macht das jetzt schon ein halbes Jahr oder wie auch immer, der hat jetzt vielleicht einen Brustansatz oder was weiß ich, ja. Ich glaube, ein gutes Beispiel, es gibt ja diesen Mario Müller mit seinem, dieser, der immer über diese Muskelfaser, bla, geredet hat. Und da... Der hat übrigens dieses TikTok auch von mir kommentiert. Da... Der zum Beispiel hat mit einem relativ logischen Ansatz auf der Informationsseite schon mal, ich sag jetzt einfach mal, deutlich bessere Informationen nach außen gebracht. Und ich glaube, wenn so jemand das macht, der dann... Also ich meine, man muss ja immer fragen, also man muss sich immer anschauen, auf welche Dimension und in welcher Verfügbarkeit von Informationen bringt man denn auch Inhalt nach außen. Weil wenn es darum geht, irgendwie Muskeln aufzubauen, dann macht es durchaus Sinn, sich anzugucken, welche Funktion hat ein Muskel überhaupt. Hat das immer nur was mit dem Faserverlauf zu tun? Nein. Grundlegend muss man sich erstmal anschauen. Und das ist ja eine Frage von, wie viel Informationen hat man zur Verfügung? Wie sind die Knochen und Gelenke geformt? Weil basierend auf Knochen und Gelenk kannst du nur mechanisch einschätzen, wie sich etwas bewegt und nicht auf Form von Muskulatur. Weil ein Muskel kann auch in Rotation irgendwo ziehen. Und dann kann es sein, dass er mehrere Funktionen hat im Körper als nur diese eine. Und dann gibt es viele Wege, das Ganze zu fördern. Dann gibt es noch ganz viele verschiedene Funktionen, die interessant sind. Es gibt ja nicht nur Muskelaufbau. Es gibt ja auch Maximalkraft beispielsweise. Und auch koordinative Fähigkeiten, die man braucht, um zum Beispiel verschiedene andere Bewegungen auszuführen. Weshalb immer diese ganz starke Vereinfachung, die stattfindet, je nachdem, wonach man sucht, nicht immer besonders zielführend ist. Aber du hast ja dann bessere Beispiele einfach, wie zum Beispiel, ich finde, was der macht, ist grundsätzlich ganz gut. Ich glaube, der wird sich noch sehr viel weiterentwickeln können im mechanischen Bereich. Und auch, er macht halt das, was auf Social Media gerade funktioniert. Ich finde, das kann man auch niemandem immer übel nehmen. Wenn er damit seine Karriere machen will, dann muss er das machen. Er wird im Nachhinein irgendwann vielleicht zurückblicken und sagen, ja, ich habe noch ganz, ganz viel gelernt. Aber habe ich ja auch und hast du auch. Und überleg mal, Stofftierezeit. Also einen Tag Burger fressen, nächsten Tag wieder hart trimieren, würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Nee, das nicht. Aber lustig war es. Das war halt dem geschuldet, dass es einfach unser Medium war. Und wir aber gesagt haben, das ist das, was die Leute sehen wollen. Und deswegen haben wir es halt gemacht. Aber es hat ja keiner von uns gemacht in einer Wettkampfvorbereitung oder sowas. Wir haben es halt wirklich in Situationen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir sind alle jetzt Off-Season oder was auch immer. Oder in gar keiner Season. Und dann machen wir das Ding. Was ich halt... Was ich meine ist, wenn da... Also die Leute, die diesen Content sehen, denen wird ja zwangsläufig auch anderer Inhalt ausgespielt. Und ich würde immer... Ich habe immer das Gefühl, die Menschen sind gar nicht so dumm. Wenn die nach einem Inhalt zu... Also ich habe das Gefühl, die Menschen sind sehr dumm. Auf Social Media. Ja, also auf Social Media ist es schon die Toilette der Menschheit. Das stimmt. Trotzdem, wenn ihnen dann so ein Ronny ausgespielt wird, der irgendwie eine Scheiße macht und dann halt irgendwie jemand, der das besser formuliert, dann hören sie schon dem zu, der gefühlt ein bisschen mehr Muskeln hat, ein bisschen schlauer formuliert, vielleicht auch besser reden kann. Ich glaube schon, dass es sich dann immer dahin orientiert, was ein bisschen glaubwürdiger ist. Und deshalb glaube ich, dass sich vieles so ein bisschen ausgleicht. Das ist ja ähnlich mit diesen verschiedenen Inhalten. Es gibt die einen, die gucken sich nur sieben Sekunden Reels an, wo jemand sagt, so musst du deinen Gastroknemius, also deinen zweiköpfigen Wadenmuskel trainieren. Manche sagen, okay, wir reden hier mal über den Trizeps Sury, also über den gesamten Anteil der Wade zum Beispiel, der ja dann auch noch mit einem dritten Muskel, mit dem Soleus irgendwie da zu tun hat. Und dann gibt es Leute, die hören sich darüber in zwei Stunden Podcast an und dementsprechend haben sie auch die Möglichkeit, wesentlich mehr Informationen zu bekommen. Ich glaube, es muss sich aber steigern. Die große Frage ist auf Social Media, generell ist es zu verantworten, dass dauerhaft die Generationen, die nach uns jetzt kommen, die ohne, also wir sind ja noch, wir sind aufgewachsen mit Social Media. Das heißt, wir haben erlebt, wie diese verschiedenen Plattformen entstanden sind. Erst, keine Ahnung, chatten über MSN, ICQ, Yappie, MySpace, SchülerVZ, StudiVZ, du vielleicht noch so ein bisschen, war übelts cringe. Ja, ein Gruscheln. Genau, dann Facebook, die Anfänge von Facebook, dann ... Facebook war damals bei uns, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, man konnte bei Facebook Spiele spielen. Ja. Und wir haben ganz viel gepokert über Facebook. Genau, ja. Das war so, warum wir ... Das war der einzige Grund. Ja, jeder hat sich bei Facebook angemeldet wegen diesem Poker-Game und wir haben einfach mit den Jungs immer abends einfach bei Facebook gepokert. Und dann kam irgendwann dieses Ding mit, man kann Bilder posten, man konnte irgendwie Schule hinzufügen, Arbeitgeber hinzufügen, dann so Beziehungsstatus, aber auch Beziehungsstatus, zum Beispiel Geschwister, Bruder, Mutter, wie auch immer. Und das war krass. Das war ein sehr, sehr einsteigendes Erlebnis. Ich glaube, es war auch sehr prägend mit Facebook. War auch relativ lange und top, dass man nur Facebook benutzt hat eigentlich. Ja, weil man halt das playen konnte, wenn man in einer Beziehung da ist. Also man hatte so ein bisschen, man hatte halt die Möglichkeit, sich digital infrastrukturell darzustellen, zu zeigen, wer ist man, was macht man. Dann kam Snapchat. Wie war das eigentlich, jetzt wo wir darüber sprechen, war MSN und Facebook noch parallel? Ich glaube eine Zeit lang ja. Und dann hat der MSN Messenger, also der Facebook Messenger so ein bisschen überhand gewonnen, dass man gesagt hat, wo soll ich jetzt auf zwei Plattformen mal hin und her schreiben? Dann bist du noch bei Facebook gewesen, hattest unten diese Reiter, wo du da einfach reingehen konntest und einfach von jedem chatten konntest. Ich glaube, das war so der Übergang. Und dieses ICQ, ich kenne auch dieses Geräusch. Genau, dieses Ding habe ich noch im Kopf. Und MSN, ich glaube, MSN haben alle immer nur, also deshalb hatten alle so eine Hotmail-E-Mail-Adresse. Die waren legendär. Die waren so Gangster65 at Hotmail.de oder Hotplaygirl unterstrich. Genau, war immer auch gleichzusetzen mit dem Battlefield 2-Namen. Ja, meistens. Gleiche. Ja, das stimmt. Und dann kam ja Instagram langsam, nur das Fotos posten. Das fand ich am coolsten damals. Ich sage dir ehrlich, bis heute, ich fand Instagram so, wie es damals war, wo es wirklich basierend auf Bildern war, fand ich fresh. Genau, und dann kam Snapchat und die haben dieses Story-Ding reingebracht. 24-7, dann gab es ja ganz viele Abhängige auch davon. Damals gab es Abhängige, jetzt sind alle abhängig. Und dann hat Instagram ja dieses Snapchat-Format mit der Story übernommen. Und seitdem ist Snapchat, glaube ich, einfach nur noch Onlyfans. Ich glaube auch, ja. Gefühlt nur noch, also wenn ich mir, ich gucke, ich poste ja auch manchmal so meine Podcast-Snippets so bei Snapchat Global, also, und wenn ich mir aber andere Creator angucke, sind es nur, da gab es doch mal diese eine Bodybuilderin, die damals damit angefangen hat, so Onlyfans zu machen. Ich weiß nicht mehr, Anna Schiri oder so, keine Ahnung, es war so ein Fitness-Model aus dem USA und da habe ich dann ganz krass, okay, gut, mach es jetzt hier Porno-Content oder. Und dann, jetzt ist ja, Instagram hat jetzt ja mit, eigentlich hat Instagram mit dem neuen Threads versucht, Instagram von früher wieder und Facebook von früher wieder zurückzubringen, dass du halt einfach nur ein dummes Foto posten kannst. Und dann schreiben alle wieder irgendwie runter, es ist richtig, es ist immer der gleiche Zyklus, aber es wird irgendwie, gefühlt wird es gerade wieder ein bisschen entschleunigt. Meine, was ich mich frage, ist aber dadurch, dass wir ja mit, damit aufgewachsen sind, mit, mit der Entwicklung, wir haben ja noch gelernt, dass es Interaktion und Mensch und, und irgendwie jemanden, mit jemandem reden, ohne, du kannst ihn 24-7 erreichen gibt. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt eine Nachricht schreibe und du schreibst, okay, dann ist okay, dann muss ich nicht noch 6.000 andere Fragen stellen, während ich das Gefühl habe, die jüngere Generation, wenn du, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du kannst jemanden 24-7 immer erreichen und immer kontrollieren, wie willst du denn die Fähigkeit, dass jemand anderem Vertrauen erlernen? Also, wie willst du das lernen? Und ich glaube, das ist ein, also das ist ein riesen, riesen Thema und dann gleichzeitig sich halt, ich glaube nicht, dass man mit zwölf Jahren weiß, wenn man irgendwie, also die Mädels dann irgendwie cool sein wollen und die Jungs und dann sich irgendwie im Internet für alle frei zugänglich präsentieren können, dass sie wissen, welche, welche Tragweite das haben kann, auch für, äh, die nächsten, für die nächsten, für den Rest seines Lebens. Berufskarriere und cool, ne, ist halt alles irgendwo da in deinem Fingerabdruck, ist halt im Internet, ne, aber kommen wir mal zurück zum ursprünglichen Thema, weil wir schweifen immer mal wieder gerne ab, ähm, ich frag dich mal jetzt präziser, ich frag dich mal jetzt präziser, wenn wir zurückblicken an unsere Zeiten, wo wir angefangen haben, ist ja jetzt ein paar Jahre her, mit Sport und cool, bei mir ist es 2008 gewesen, da war ich 16 Jahre alt, so, da war ich schon 16, ja, überleg mal, jetzt. Geil, ich hab vor dir angefangen. Mit, mit, mit Fitness? Ja. Echt? Ja, ich hatte ja an der Sportschule. Ja, okay, ja, okay. Seitdem ich elf bin, erstes Mal Kniebeugen mit Langhaut, hab ich mit elf gemacht. Okay, krass. Gut, ähm, wie gesagt, da war ich 16 und hab angefangen mit dem Sport. Hätte ich zu dem Zeitpunkt damals Content von mir, wo ich Gym-Anfänger bin, gepostet und hätte Leuten Tipps gegeben, wär ich wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Gym gewesen und danach nicht mehr lebend rausgekommen, weil die größten Bodybuilder mich dort verprügelt hätten und mich gefragt hätten, ob ich behindert bin, ja. Und ich hab das Gefühl, weil wir in so einer Pussy-Gesellschaft mittlerweile leben, dass ja alles toleriert werden muss, jeder ist ja was Besonderes, es gibt ja gar keine Leute mehr, die einfach dumm sind, sondern, nein, der hat andere Skills, der ist nicht dumm, der ist einfach anders begabt, man muss nur seine Fähigkeiten finden, wo ich mir auch denke, so, ey Leute, nein, der ist einfach IQ Toastbrot. Weil ich meine, so, es gibt einfach Leute, die haben einfach diesen IQ und dann ist auch gut. Aber nein, in der jetzigen Gesellschaft muss man natürlich alle tolerieren, jeder ist auf seine andere Art und Weise besonders und Bodypositivity dann und hier und da. Mein Name ist Jeff. Ja. Und, ähm, worauf ich hinaus will ist, ich hab das Gefühl, dass du alles hochladen kannst und irgendwie muss man für alles Toleranz haben. Ich hab dann irgendwie, wenn ich das mal kritisiere, weil, was ja mein freier Wille ist, wenn ich einfach sage, okay, ich will dich jetzt einfach kritisieren und du lädst Sachen öffentlich hoch, dann bietest du mir auch die Möglichkeit, dazu einfach Stellung zu nehmen. Und wenn ich dazu einfach sage, so, ey, ich finde es absolut nicht cool, dass ein 13-Jähriger Fitness-Tipps gibt oder der bewertet noch andere Leute, also vom Körperbau her, wo ich sage, wo hat er denn eine Expertise, dass er sagen kann, ich finde jetzt, keine Ahnung, deine hintere Schulter nicht so besonders gut und deine Brust ist aber gut. Und das, wo ich mir denke, so, wer bist du, dass du in der Situation bist? Bist du, keine Ahnung, Judge beim NPC oder beim IFBB oder weiß ich was? So, macht gar keinen Sinn für mich. Und dann mir wiederum sagen, dass ich ja ein Hater bin und quasi kleine Kinder runter mache und Co. Wo ich mir denke, okay, dann muss er doch damit rechnen, dass, wie gesagt, ich kriege ja auch Hate ab und ich muss damit auch leben. Also in dem Fall machst du ja dann kleine Kinder runter. Ja, mache ich ja auch, aber nicht ohne Grund. Ich meine, ich habe keiner Weise ihn beleidigt und Co. Ich habe einfach nur Kritik geübt im Sinne von, dass ich es nicht cool finde von ihm oder seinen Eltern quasi, dass das überhaupt unüberwacht quasi gemacht werden kann. Weil ich als Vater würde mir schon Sorgen machen, wenn mein Kind, das 13 Jahre alt ist, anderen Leuten Ernährungstipps an die Hand gibt, Trainingstipps an die Hand gibt, vielleicht noch andere Leute bewertet, wo ich sagen würde so, ey, komm mal runter, gib mir mal dein Handy, lösche mal diese App direkt und geh mal einfach ins Gym und trainier mal fünf Jahre, leiste mal erstmal irgendwas, bevor du mir, das ist so wie wenn ein Azubi, der Mechatronika-Ausbildung macht, am ersten Ausbildungstag zu Audi geht und sagt, ich will jetzt den Motor austauschen und will den neuen Kolben reinmachen. Mach erstmal deine Ausbildung und dann kannst du gerne mal hier Hand anlegen, kannst erst mal ein paar Schrauben fester drehen mit einem Drehmomentschlüssel, mal gucken, ob du das hinkriegst. Und dann können wir über die nächsten Steps reden, also es sollte so ein Entwicklungsprozess sein. Aber das ja reguliert ist, ne? Ja, genau. Nun ist ja Fitness gar nicht, also ich sag's mal andersrum, als ich noch handballspielend im Gym war und Athletiktraining machen wollte oder gemacht habe, also ich hab ja sehr früh, als ich im Gym angefangen hab, Kniebeuge zu machen, so mit 14, 10er Karte war mal organisiert, dann hab ich Kniebeugen gemacht mit über 100 Kilo, war ja auch normales Trainingsgewicht, war völlig normal für uns. Ich hatte nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwie Informationen kriegen konnte, gut in Deutschland verfügbar, wie ich das am besten mache. Schon gar nicht jetzt so in meinem jetzigen Fachgebiet so, wie mach ich vernünftiges Athletiktraining für die Ballsportarten, die ich gemacht habe. Das heißt, jetzt ist es viel cooler, jetzt kannst du dir raussuchen, ey, was macht denn ein Handball-Trainer, du kannst sie googeln, du kannst es suchen, es gibt diese Begriffe, die gab's ja bei uns alle nicht. Das heißt, ich find, der positivste Effekt von Social Media ist, dass es all diese Inhalte, ein Heiko Kallbach macht Content. So, ich mein, der Typ war, für jemand, der Bodybuilder werden will, der sollte sich vielleicht mal angucken, was ein Andi Bosse damals gemacht hat, was Heiko gemacht hat, was Roman Fritz gemacht hat. Also, man hat die Möglichkeit, mit denen, die zu fragen und man hat den Zugang dazu und man kann, wenn man die Intention hat, dann auch irgendwie Fehler vermeiden, weil du kannst auch einen Max Matzen dir die Sachen jetzt angucken zum Thema Aufklärung und sagen, okay, ach, das sind die Nebenwirkungen. Finde ich, dass man viel mehr über die Nebenwirkungen sprechen sollte, viel deutlicher. Ja, ich glaube, das große Thema ist aber auch, dass wir zu wenige von diesen Top-Leuten haben, die, wenn sie diese krassen Nebenwirkungen haben, in den nächsten 10, 20 Jahren, sich hinsetzen würden, das ist passiert durch das, das passiert durch das und werden ihr, das, was sie schlecht aussehen lässt, das werden sie nicht groß... Aber es ist natürlich sehr schwierig, auch rauszufiltern. Du kannst ja nicht rausziehen und sagen, ich hab Testosteron genommen, deswegen, keine Ahnung, ist mein kleiner Zeh abgefallen. Genau. Aber du weißt, was ich meine, also ich finde insgesamt, dass jeder posten kann, was er will. Ich finde immer so ein bisschen, das regelt es. Ich meine, in der Schule wurde man auch gemobbt, ich war auch immer an Außenseiter, du warst am Anfang Außenseiter und hast dich geprügelt, dann nicht mehr. So ungefähr wie bei jedem und so ist jetzt Social Media auch, also irgendwie funktioniert ja diese gesamte Interaktion durch permanentes Streiten. Was anderes machen die Medien, also die professionellen Medien machen auch nichts anderes, suchen irgendwelche Sachen, die möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen durch whatever, ne, welcher Spieler wechselt wohin, welcher Spieler, welche Freundin verprügelt, immer nur, immer nur so Hass. Aber das merkst du doch auch in einer aktuellen Gesellschaft bei Nachrichten. Hast du mal Nachrichten geguckt, wo die irgendwas Positives berichten? Nein. Nein, es sind immer negative Sachen. Und selbst wenn ein gutes Wetter ist es gleich Klimawandel. Ja, das sowieso, aber lass mal trotzdem, es gibt nie irgendwas, wo du sagst, ah, Nachrichten kommen, geil, so, keine Ahnung, hier, äh, Steuerfreibetrag wird erhöht oder irgendwas, das hörst du alle zehn Jahre mal. Nur von FDP. Ähm, ja, aber ich meine, so, das ist ja das Problem, dass diese Negativität immer im Vordergrund steht, ja, und die Leute suchen danach und ergötzen sich daran. Das ist halt auch total deutsch. Das ist aber mittlerweile überall so, hab ich das Gefühl. Aber Deutschland ist Spitzenreiter darin, ja, safe. Wenn jemand auf die Fresse fällt, lachen alle drüber. Wenn einer was Krasses macht, gucken alle weg und keiner will ihm Props geben dafür. Ist einfach so, ja. Und wenn du was gut gemacht hast, suchen sie trotzdem noch nach der Nadel im Heuhaufen, um da dir daraus einen Strick zu drehen, so, keine Ahnung, du wirst Mr. Olympia. Ah, er ist nur Mr. Olympia geworden, weil er zehn Einheiten mehr Waxi genommen hat als der und der, so. Ähm, aber um nochmal meinen Standpunkt nochmal klarzustellen, weil ich hab gar keinen Bock auf die nächste Shitstorm-Welle oder die wird sowieso kommen, wie ich unser Podcast kenne, aber, ähm, ich sage hier ganz klar, ich hab niemals gesagt oder hab damit niemals sagen wollen, dass ein 13- oder 14-Jähriger kein Content createn kann. Ich bin immer noch der Meinung, dass was du createst entscheidend ist und ich bin der Meinung, ein 13-14-Jähriger sollte nicht in erster Linie Fitness-Tipps geben, Ernährungstipps geben, wenn er sie selber noch nicht erprobt hat, seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Weil mir viele darunter geschrieben haben, so, ja, hey, lass ihn doch machen, jeder hat mal klein angefangen. Natürlich hat jeder mal klein angefangen. Er kann ja gerne sein Fitness-Journey einfach posten, er kann ja sagen, so, hey, so sah ich, ich hab jetzt keine Ahnung, ich mach jetzt Muskelaufbau, ich nimm euch auf den Weg des Muskelaufbaus mit. Dokumentier doch, mach doch. So wie wir das so ein bisschen gemacht haben, so Vlogging, dabei sein. Genau, vlog das ein bisschen, mach, keine Ahnung, Daily Vlogs, zeig deine Gewichtsverläufe, zeig dein Training, was auch immer. Wahrscheinlich wäre es sogar viel cooler. Absolut. Viel cooler, einfach nur jeden Tag, ey, den Scheiß hab ich heute gemacht. Ja, aber was wird dann passieren? Er wird nicht so polarisieren, wie wenn er mit 13, 14 anfängt, mach das mal lieber so und dein Körper ist so und hier, weil 90% seiner Kommentare sind Hate, ja. Und das ist halt das. Wenn er das andere macht, gibst du ja den Leuten gar keine Möglichkeit, dir das großartig zu haten, weil was willst du sagen, so, öh, der hat gefrühstückt, voll der Keck, weißt oder, oh, der geht ins Gym. Erstens, ich feiere es, dass er trainiert. Zweitens, ich finde es auch cool, dass er vielleicht irgendwie auf Social Media was machen will und was reißen will. Aber wie er es macht, finde ich halt grob fahrlässig, auch von den Eltern, dass sie da keine Hand drüber haben, weil ich sage so, wäre schon cool, wenn ihr mal drüber schaut und das vielleicht auch verifizieren könnt, weil irgendwoher die Informationssituation ist einfach so, dass viele Leute das gar nicht deuten können, weil wie du schon sagst, du guckst dir einen Roman Fritz an, du guckst dir einen Heiko an und dann guckst du dir einen Andi Bosse an und du wirst drei verschiedene Vorgehensweisen bekommen. Und jetzt sag mir mal als Anfänger, was ist jetzt der richtige Weg gewesen? Irgendwo dazwischen. Naja, oder du probierst alle drei Wege aus und guckst, welcher Weg am besten für dich funktioniert, so. Deshalb irgendwo dazwischen. Ja, brauchst du halt 6000 Kalorien? Wahrscheinlich nicht. Und das ist genau das, wo ich sage, es sollte halt irgendwo reguliert sein und meine Frage ist halt auch, findest du, es sollte ein Mindestalter geben für den, für Content-Creator. Consumer nicht. Von mir aus können 13-, 14-Jährige gerne so Bilder hochladen und Co., aber das Ausspielen in die Öffentlichkeit sollte vielleicht auch irgendwo gedeckelt sein, ab irgendeinem Mindestalter. Dass man sagt, Videos von 14-, 15-Jährigen gehen nicht viral. Gibt es nicht auf YouTube auch sowas wie Content für Kinder? Du kannst speziell für Kinder anklicken, ja. Ich kann mir, ich weiß nicht, ob im Hintergrund bei Instagram auch beispielsweise eher so im Minderjährigen Bereich gleichaltriges Zeug ausgespielt wird. Meinst du den Algorithmus? Ja, was ich mir, also was ich mir, die Frage, die ich mir stelle. Aber das macht Sinn, weil dann würde unsere Zielgruppe nämlich auch genau unser Alter entsprechend sein. Weil bei mir ist ja wirklich zwischen 24 und 34 oder so ist bei Instagram, glaube ich, dieses Ding, ne? Genau, und bei mir ist auch, bei mir ist auch, sagen wir mal, 25 bis 45 ist genau das, also der Rest existiert quasi nicht. Ja. Was mir, also worüber ich mir viel mehr Gedanken mache, ich meine, wir kriegen relativ viel Gegenwind für das, also für so Sachen, wir kriegen halt auch so YouTube-Kommentare zum Beispiel, ne? Ich kann gleich mal ein paar vorlesen, wo es dann darum geht zu reflektieren. Und wenn du so viel Hate bekommst, mir geht's also, davor einen Heranwachsenden zu schützen, vor dieser Menge, wäre die viel größere Thematik als irgendwie, also, weil diese Hasskommentare, das macht ja was mit dir. Ich weiß gar nicht, wie du mit dieser Menge in dem Alter überhaupt umgehen kannst. Naja, die Problematik ist halt, wie willst du das machen, willst du das quasi direkt über eine KI schützen, also quasi, dass die gar nicht ausgespielt werden könnten, weil dann bist du ja irgendwo auch wieder in der Meinungsfreiheit, ne? Weil nicht jeder Hate-Kommentar ist ja auch eine Beleidigung. Also, für mich ist, ich find's zum Beispiel schlimmer, wenn jemand detailliert irgendwas sagt, als wenn einer mich beleidigt sagt, du Huchensohn oder irgendwas. Was meinst du, schlimmer? Keine Ahnung, wenn einer persönlich wird oder sagt, so hier, keine Ahnung, Beispiel so, Prep-Video mit Max und dann irgendwie so, ja, der hat gar keine Genetik für Bodybuilding, der wird eh nix reißen und bla, soll direkt aufhören und Co. Finde ich, ist zwar Kritik, ist natürlich, der Ton macht die Musik, aber ist dann für mich schlimmer, als wenn einer sagt, oh, fetter Huchensohn. Ich find fetter Huchensohn schlimmer. Wieso? Weil das einfach nur eine abwertende Beleidigung ist. Ja, aber das kannst du doch einfach ausblenden. Da weißt du doch einfach, dass da jemand sitzt, der einfach so. Aber die andere Sache mit der Genetik und soll gleich aufhören, das trifft dich eher, weil das dein Ziel ist und weil jemand sagt, du kannst es nicht erreichen. Genau. Aber es ist jetzt, aber es ist für mich keine Beleidigung. Es ist keine Beleidigung, es ist aber ebenfalls ein Hate-Kommentar, aber es ist irgendwo, wo ich sage, es ist eine formulierte Meinung. Es ist eine Meinung, die er vertritt und du kannst ihn ja nicht verbieten. Das ist genau das, was ich meine. Das trifft mich eher, weil es irgendwo ist, jemand setzt sich mit dir auseinander, überlegt sich was, tippt dann in die Tasten und schickt es ab. Und dann hast du den Ball und überlegst dir, was du da machen musst. Entweder denkst du dir, nimmst du es als, wie ich da, ich wusste ja, wie meine Linie ist und ich kenne ja circa so das Endprodukt, wie ich Shredded aussehe. Deswegen war das für mich so, ja okay, da rein, da raus. Aber das Coole war halt dann zu sehen, bei mir in der Community war das ganz lustig, ich habe das ja dann irgendwann als Running-Gig genommen. Ich habe ja den Kommentar dann einfach so hochgespielt, dass ich halt immer bei den Formchecks und so geschrieben habe, heute mach Formcheck mit der scheiß Genetik und Müll, Linie und Co. Und dann hat meine Community teilweise sogar unter die Videos dann gepostet, so haha scheiß Genetik und sieht voll kacke aus mit deiner Genetik und es war dann so ein Running-Gag. Und am Ende habe ich halt den ersten geholt und dann, weißt du, so gute Platzierungen gemacht und dann war auch so, ich habe es denen halt bewiesen und das war halt cool. Und dann hätte ich vielleicht dieses Ding, man muss halt wissen, wie man damit umgeht und ich glaube, es ist viel wichtiger, den Nachwuchs dahingehend zu bringen, sich damit früh genug zu beschäftigen und eher das zu verarbeiten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du quasi darauf vielleicht nicht direkt emotional reagierst und vielleicht nicht gleich ausartest mit, ah, ich will den effen und hier und da und bla und einfach so sagst, okay, cool, vielleicht sogar in der Kommission. Ich habe auch mehrere Kommentare gehabt, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast. Wenn einer zum Beispiel eine Kritik an mir hatte, habe ich ganz konstruktiv einfach geantwortet, auch wenn sie negativ mir gegenüber war und hat dann aber geschrieben so, hey, danke für deine ehrlichen Worte, bla 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 und dann wandelte sich das Blatt und der Spieß drehte sich und einer hat geschrieben so, ja, eigentlich feiere ich dich ja voll und bla und hier, wo ich mir denke so, hä, okay, warum machst du dann aber erstmal diesen negativen Kommentar und dann in der nächsten Instanz sagst du mir einfach so, ja, aber eigentlich bist du ja voll cool und ich fahre auch Harley und irgendwas und dann ist so, ja, übrigens bestelle ich auch mal mit deinem Code so. Oft ist es, glaube ich, so mit diesen Social Media Kommentaren, die Leute haben schlechter einen Tag, denen geht's kacke und die wollen einfach, also die haben, also die müssen gerade, so wie früher wir und, also, keine Ahnung, die Mutter dumm angemacht haben, wer irgendwas, wenn sie wieder beim Zocken gesagt hat, Abendessen ist fertig, dann so, nein, geht jetzt nicht, ne, doch, geht jetzt, mach einfach aus oder so, weißt du, mach doch einfach Pause. Mach doch einfach Pause. Warte, Mama hat gesagt, ich muss essen kommen, bleib mal überall stehen, so, legt euch mal bitte hin und spielt mal nicht. Kannst du nicht Pause machen? Ja, genau. Und dann hat er einfach einen Scheißmoment und schreibt dann halt, ohne darüber nachzudenken, dass dahinter ja eine andere Person ist, schreibt halt irgendeine Scheiße. So Beispiele zum Beispiel, bei Podcast-Kommentaren habe ich einen Kommentar zum Podcast mit Max Matzen, also offensichtlich, da schreiben sehr viele Kommentare, weil ich offensichtlich geredet habe, war schlecht. Hier, Fritz Reinke, erlerne bitte zunächst mal Satzbau, Syntax und überlege dir vor dem Losbrauen eine Aussageabsicht, das ist kaum auszuhalten. So, schreibt jetzt irgendwie so ein, also whatever, Satzbau, Syntax, ja gut, ich weiß nicht, vielleicht hätte er die Wörter auch vorher erst gegoogelt, um sie dann richtig zu schreiben. Aber die Sache ist halt so, für mich, er muss den Podcast nicht hören. Das ist das allererste, also er muss ihn ja nicht hören, okay. Und vor dem Losbrauen eine Aussageabsicht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich kann relativ gut Sätze formulieren und ich kann durchaus auch irgendwas rüberbringen. Und gerade auch in dem... Das ist dieses Phänomen, was er gerade beschrieben hat, ist dieses Ding, wie wenn man eine Quizshow guckt und sagt, oh, wie kann er das nicht wissen? Aber wenn du hier sitzt und du in einem aktiven Gespräch bist und du quasi die Bälle hin und her spielst, hast du manchmal aber die Situation, dass du vielleicht einen anderen Satz im Kopf hattest, dann aber schnell umschwenkst und dann einfach irgendwie ein anderes Wort gerade im Kopf hattest und dann schnell umdenken und dann hast du einen Artikel falsch gesagt oder irgendwas und dann... Ja, vielmehr ist es ja auch in diesen Interviews, wenn ich so jemanden wie Max habe, der über ein Thema redet, was ganz viele nicht verstehen und ich verstehe nun Bodybuilding und auch Doping relativ gut, bringt ja aber nichts, also wenn ich dann so tue, als wüsste ich irgendwas, weil darum geht es ja nicht, ich will ja in dem Moment auch irgendwie was lernen und was in Erfahrung bringen und irgendwie aus meiner Perspektive zumindest ein bisschen was verstehen und es bringt ja dem Zuhörer nichts, wenn der irgendwie was lernen will über Steroide und Bodybuilding von Max, dann sollte ich dem vielleicht Fragen stellen und vielleicht mal auch total offensichtliche Fragen, ja, also welche Nebenwirkungen haben HGH und Isulin? Ich glaube, viele lernen dann dabei was und vor allem ich selbst lerne ja dabei was, wenn er dann einfach nochmal die Kiste aufmacht und genau detailliert erzählt, was kann alles passieren. Ist wesentlich interessanter, als würde ich sagen, ach Insulin, ja, macht der das und das kurz abgekürzt. Ich sage dir aber ehrlich, ich kenne mich ja mit der Materie extrem gut aus, so, wenn ich jetzt einen Podcast machen würde und ich würde den Podcast so strukturieren wie du, würde ich mich sogar extra für den Podcast dumm stellen, um die Fragen aus quasi meinem Podcast-Gast, in dem Fall dann Max, rauszuholen in so einer detailreichen Antwort, dass es jeder versteht, ja. Weil wenn zwei Experten darüber sprechen, dann hast du schon mal eine Zuhörerschaft, die ist so, weil die ist so klein, weil die Experten, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, die Halbwertszeiten von Steroiden reden und Co. erklär mal der Hälfte erstmal, wo es eine Halbwertszeit ist. Weißt du, was ich meine? So, das heißt, die Hälfte wird schon mal wegfahren, wenn die nicht verstehen, was eine Halbwertszeit ist. So, und dann, deswegen würde ich das auch genauso machen wie du. Warum? Ich fühle mich jetzt gerade schlau, ich weiß, was eine Halbwertszeit ist. Ja, also, ja, vielleicht für die Zuschauer, das ist die Zeit, in der die Hälfte eines Medikaments abgebaut wird. So, okay, aber, so, aber aufbauend auf der Aussage kannst du ja dann wieder sowas sagen wie Pegelschwankungen, also Spiegelschwankungen des Medikaments im Blut, weil aufgrund der Halbwerts halt von dem Steroid und dem und wie sie agieren und Co. Dann kannst du halt extrem viel über die Thematik sprechen, aber du machst dir eine Zuschauerschaft, die halt sehr, sehr klein ist, die natürlich sehr in dieser Bodybuilding-Schiene ist, aber das ist dieser Funnel, das ist dieses Funnel-Ding, was man über Social Media macht, du spielst extrem groß aus, holst dir viel rein und wirst dann immer präziser und filterst dann dementsprechend die Leute raus, die wirklich in deinem Interesse sind und, ja, deswegen macht dir da gar nicht so einen Kopf, das sind so, der wird, wenn du ihn jetzt drauf ansprechen würdest, dann wirst du gar nicht mehr, dass er das Kommentar geschrieben hat. Aber was ich auch hatte mit diesem Konsens finden, ich hatte auch Kommentare bei Max Matzen, ich meine, du verbesserst dich ja auch, dass ich tendenziell zu viel geredet habe, blablabla und dann halt in dem Podcast danach besser war, noch mit Interviewen, mit Görki beispielsweise und auch mit Boss, mit Boss habe ich ja gar nicht geredet, der hat ja alleine Podcast gemacht. Monolog. Und dann halt auch, dann kriegst du manchmal auch so Kommentare, ja, du hast dich wirklich verbessert und so, ne, und von den gleichen Leuten, die dich vorher halt so dumm angeflamed haben, so klassisch so Gamechat-mäßig so, ne, ich hab deine Mutter gefickt. Ja. Das ist manchmal ganz cool. Das Entscheidende, wenn wir bei diesem Internet-Thema bleiben, ist, wenn du anfangen würdest, irgendwas zu regulieren, wer trifft die Entscheidung über die Regulation? Weil das ist ja, wenn du jetzt sagst, das Beispiel bei Audi, da gibt es eine marktwirtschaftliche Organisationsstruktur und feste Strukturen, wie funktioniert das jeweilige Handwerk, wie funktioniert Kfz-Mechatronik am Ende, ne, Elektronik, Mechanik, welche, also wer hat die Planung für den ganzen Produktionsablauf, wer hat die Anlage geplant, wer hat geplant, welche Arbeitsschritte wo gemacht werden, wer hat geplant, bei welchen, wie der Wartungsablauf für Audi A4 B5 aussieht oder so, keine Ahnung, gab's bestimmt mal, war glaube ich der letzte mit dem 1,9 TFSI oder so. Ich glaube, ja. Der war cool. Und da gibt's ja überall vorgefertigte Strukturen, die gemacht wurden, bevor das Fahrzeug quasi rausgebracht wurde, weil sie gemacht werden müssen. Das Ding mit Social Media ist ja, das wird ja immer erst danach gemacht. Man macht erst mal und dann guckt der Markt, wie reagiert man und dann ist immer so, EU-Datenschutz-Verordnung kommt, Instagram ist plötzlich scheiße und am Ende aber sowas wie Hasskommentare werden von der Polizei trotzdem nicht nachverfolgt, Internet wird trotzdem so behandelt wie ein rechtsfreier Raum, Probleme, Verstöße melden irgendwie schon komisch. Auf der anderen Seite kann jeder unter jedem Kommentar, den wir schreiben, irgendwie gleich hinschreiben, Hassrede und so und unser Account wird dann reguliert. Also das ist ja mir dann vielleicht doch lieber, dass es frei ist und das jeder machen kann, als halt irgendwelchen Idioten die Regulation zu überlassen, die dann in dem Thema auch nicht drin sind, weil gerade der Fitnessbereich, der ist ja, also inhaltlich entwickelt sich super schnell, es kommen super oft super neue, super viele neue Erkenntnisse in Medizin rund um Training. Allein diese ganze Thematik jetzt, so Dr. Mike Ussertal kennst du wahrscheinlich, Renaissance Periodization, der Typ mit der Glatze, der Typ, der immer so Reaktionsvideos macht darauf, wie irgendwelche Hollywood-Leute trainieren und so, der ist Professor für Sport-Science und so in irgendwo in New York, glaube ich. Dr. Mike Ussertal, musst du mal gucken. Und da kommt ja sehr viel Forschung beispielsweise, sehr viele neue Inhalte kommen in Englischsprache in den Raum und die brauchen immer eine Weile, bis sie in Deutschsprache in den Raum kommen. Und wo setzt du an, was mich viel, also was mich viel mehr erschüttert, ist eigentlich die Menge an Hatespeech und Hasskommentaren in diesem ganzen Bereich und dass dieses offen Menschen im Internet irgendwie ohne Rahmen beleidigen zu können, da irgendwie Kinder von, also die Verantwortung der Eltern eigentlich ist, ihre Kinder irgendwie davor zu schützen. Und da muss man sich ganz klar überlegen, wie man das machen kann, weil noch viel schlimmer finde ich ehrlich gesagt, wenn Eltern Social-Media-Kanäle über ihre Kinder machen oder auf den Kanälen, auf ihren Social-Media-Kanälen permanent ihre Kinder irgendwie schon halb als Marketing-Instrument verwenden. Bestes Beispiel, Prä- und Postnatal-Trainerinnen, die selber Mütter sind, irgendwie permanent ihr Kind zeigen bei jedem Scheiß oder so. Da macht es doch gar keinen Sinn, weil dein Training hat ja nichts mit deinem Kind zu tun. Ja, aber die zeigen halt, ich bin Mutter und vermarkten sich darüber, dass sie Mutter sind. Und so. Ist auch vollkommen okay. Ich finde halt, Kinder auf Social-Media, das ist klar, also klar ist, man ist, es sind die eigenen Kinder, man hat quasi die Vormundschaft, aber die Kinder wissen trotzdem nicht, was bedeutet, dass sie jetzt irgendwie ab ihrem sechsten Lebensmonat permanent auf Instagram stattfinden. Also ich finde das viel schlimmer und ich finde die Verantwortung der Eltern viel krasser, als jetzt zu sagen, man darf nicht alles posten, was man will. Ich finde eher das so Jugendschutzrecht. Also findest du das in dem Fall okay, wenn ein 13-Jähriger, der keine Ahnung von Fitness hat, über Fitness Content macht? Ja, ich glaube schon, weil der, weil der, weil der Social-Media, also weil die Social-Media-Community und die Menschen auf Social-Media darauf ja reagieren können und ihn theoretisch auch in Gesprächen einordnen können. Ob man sich daran hält oder nicht, ist ja erstmal egal. Ist genauso, ob Minderjährige rauchen oder nicht. Die Frage ist, wo kriegen sie Zigaretten her? Für mich erstmal. Okay. Meine Lösung wäre, es gibt keine Zigaretten mehr. Sie werden nicht mehr produziert. Das ist meine Lösung. Ich finde auch, ohne Social-Media wäre die Welt auch nicht so schlecht. Dann müsste ich zwar was anderes machen, wäre aber vollkommen okay. Ja, ich hätte auch keinen Punkt mehr damit. Okay. Also weißt du, was ich meine? Ich finde, was das angeht, soll jeder machen, was er will. Ich finde aber, die größte Thematik ist, glaube ich, wir haben eine Generation von Eltern, die von Social-Media, die keine Ahnung haben, was eigentlich auf den sozialen Medien Tag ein Tag aus passiert, weil sie gar nicht die Perspektive darauf haben. Und dann haben wir aber die nachkommende Generation, deren Kinder, die unentwegt nur auf Social-Media sind. Und wir haben eine extreme Diskrepanz. Und wir sind das wahrscheinlich am schlechtesten digitalisiertes Land, das wirtschaftsrelevant ist auf der Welt. Und haben da, also dieser Rattenschwanz, den wir da hinter uns herziehen, der holt uns halt gerade in dem Fall auch ein, weil wir einfach da so eine große Diskrepanz dazwischen haben. Okay, dann andere Frage. Hast du das Gefühl, dass Instagram und Social-Media allgemein Kinder und Jugendliche schlecht beeinflussen oder schlecht beeinflussen kann? Ja. Also ich würde grundsätzlich sagen, es ist ein massiv schlechter Einfluss für Prägung und generell für das, was wir eigentlich wollen von der Welt. Das glaube ich auch. Ich habe mein Gefühl, sagt mir, dass die Länder, die ihr Internet regulieren, wie beispielsweise China, damit versuchen, einen produktivstmöglichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit ihrer Gesellschaft zu nehmen. Wenn du dir mal Social-Media in China anguckst, da gibt es nur Astronauten, Hardworking, Unternehmer, bla. Also nur, du musst hart arbeiten, du bist diszipliniert hier und bei uns, ja, du machst falsche Knie im Kinderzimmer und bist eigentlich ein Idiot und das ist cool. Also ich habe das Gefühl, dass das sogar schon systematisch steuert. Ja, verstehe ich. Also ich muss sagen, du merkst auch anhand der Art und Weise, wie die Jugend mittlerweile ist, dass das definitiv passiert mit diesem Social-Media-Ding, weil die Sachen halt mitbekommen oder machen oder sehen, wie auch immer, die wir so in dem Alter gar nicht mitbekommen hätten, weil wir einfach nicht in diesem Dunstkreis wären, sage ich mal. Ich glaube, kein 13-Jähriger oder 12-Jähriger würde von sich aus sagen, oh, ich mache jetzt Kraftsport, wenn er nicht, wie du, aus dem Leistungssport kommt und das irgendwie als funktionales Bindeglied zum Rest des Leistungssportes hatte. Also ich würde niemals in der fünften Klasse sagen, oh, ich gehe jetzt Bankdrücken machen, weil es in meinem Kosmos gar nicht existiert hätte, dieser Sport. Ja, weil du keinen Zugang hattest. Genau. Wenn du jetzt aber einen Vater hättest, der irgendwie Bankdrück-Champion ist und der ist irgendwie eine Kante und der, der... Na, mein Vater hat ja Kraftsport gemacht. Du gehst mit in Kraft-Dreikampfverein mit seinen Kumpels und dann hast du ja Zugang. Genau. Aber das ist ja das, was Social Media jetzt macht, weil du hast ja diesen Content, den du sehen kannst. Und deswegen kommen immer mehr Jugendliche auf die Idee, oh, ich will das auch machen. Ich finde ja schon geil, wenn die sagen, ich will Kraftsport machen. Also viel schlimmer, als wenn sie sagen, ich will Influencer werden. Das kommt aber leider immer mehr vor. Weil das ist ja das Ding, wo ich sage, Influencer bedeutet, du vermarktest mit deinem Gesicht die Produkte anderer. So. Mir wäre viel lieber, wenn du sagen würdest, ich möchte die besten Raketen bauen können, um andere Planeten besiedeln zu können. Weil dann würdest du ja was erschaffen, also würdest du was Eigenes erschaffen. Wäre ja viel krasser. Oder du willst Ingenieur werden, du willst Astronaut werden, du willst was schaffen, was harte Arbeit benötigt. Also harte Arbeit im Sinne von auch Qualifikation und Wissen und irgendwie Innovation, wofür wir in Deutschland eigentlich stehen in den Bereichen, dass wir sagen, ey, höher, schneller, weiter. Weil Influencer sein ist ja eigentlich. Stehstand. Genau, es ist das Vermarkten von Dingen, die schon existieren und eigentlich ist ja das, was man anstreben sollte, etwas Neues weiterzukommen. Und dieses Influencer ist einfach nichts anderes, als dass du Vertriebler bist. Ja, genau. Und Vertriebler gibt es seit hunderten Jahren. Ja. Die gab es damals schon als Staubsaugerverkäufer, die von Haustür zu Haustür gelaufen sind. Und dann kannst du ja jedes Produkt vermarkten, vertreiben, wie auch immer. Was mich halt immer so, oder was ich halt erstaunlich finde, ist, meine Generation ist ja, oder in meinem Jahrgang, ich habe ja meinen Master gemacht 2018 und da waren es nur noch sieben Leute, die mit mir abgeschlossen haben. Und das spiegelt sich aktuell immer noch so weiter. Also das heißt, wir haben kaum Nachwuchs in meiner Branche, im Ingenieurwesen. Und wir haben aber einen extremen Abgang wegen Leuten, die in die Rente gehen. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? So, wir haben Bauleistungen, die erbracht werden müssen, die auch geplant werden müssen, wo gefühlt jedes Ingenieurbüro, bei dem ich zu Gast bin, einfach fragen, so, hey, kennst du noch Leute, die vielleicht einen Job suchen und Co.? Also ich könnte wirklich in jedem Ingenieurbüro gefühlt einen Mitarbeiter reinsetzen und die würden immer noch händeringend suchen. Und das ist halt dem geschuldet wahrscheinlich, weil die Leute sich denken, hä, warum soll ich studieren, warum soll ich Schule machen? Ich kann auch einfach Instagram und YouTube machen und dann werde ich ja Fame und habe Kohle ohne Ende und weil es ihnen so suggeriert wird. Die kennen gar nicht die Schattenseite, die wir kennen. Die Leute, die jetzt diesen Podcast gucken, die denken sich so, ach, die haben sich eine Stunde hingesetzt. Ja, aber keiner sieht dieses Vorhertermin finden, ist sie überhaupt hier sitzen können. Dann den Slot, dann die Nacharbeitung, dann das ganze Hochladen, dann das Vermarkten, dass sich überhaupt niemand sieht, weißt du? Die Kanäle aufbauen bis dahin. Das ist ja jetzt das, was interessant wird. Wo sitzen die hier? Warum hat der ein Gym? Genau. Wieso wird der Podcast überhaupt gesehen? Was ist mit den 600 Episoden, die ich gemacht habe, bevor der Podcast so überhaupt, bevor man überhaupt was gefunden hat, was Leute wirklich auch interessiert, bis man eine gewisse Reife hat, bis man auch einen gewissen Inhalt gefunden hat. Influencer sein ist, die Sache ist, hauptberuflich Influencer sein ist Sklaverei. Du bist permanent ein Sklave von Firmen, die bereit sind, für deinen, ich sag jetzt einfach mal, Arsch zu bezahlen. Ja. Und das ist mein Problem mit dieser Influencer-Geschichte. Das heißt, die Influencer verkaufen dir deshalb jeden Müll, wenn sie eine Summe bekommen dafür, wo sie sagen können, okay, dafür kann ich meine Moral fallen lassen. Und da gibt es ja genug Beispiele für. Die, die das Vollzeit machen, die machen alles. Alles. Weil die sind davon abhängig. Genau. Das ist ja bei, bestes Beispiel bei dir. Du hast einen normalen akademischen Beruf, so, der völlig reichen würde. Und du machst Bodybuilding und im Bodybuilding, ja, du nimmst Protein und trägst Klamotten. Das sind die einzigen beiden Sponsoren, die du hast. Genau. Und die komischen PC-Spiele. Die nicht mehr aktuell sind aktuell. Aber genau. Du weißt, was ich meine. Es sind Dinge, es sind Sachen, die, also, es wird mir keiner sagen, oh, das ist voll der Hurensohn, der hat ein Playstation-5-Spiel in die Hammer gehalten. Es wird mir auch keiner nachsagen, dass ich verlogen bin, weil ich sage, Eiweiß konsumiere ich nach dem Training, vor dem Training, morgens zum Frühstück. Genauso wie keiner sagen wird, hö, der trägt Sportklamotten beim Sport. Ja, ich trage Sportklamotten beim Sport, wie jeder andere auch. Und das sind Sachen, wo ihr mich unterstützen könnt, aber die werde ich auch so tragen. Auch ohne eurem Support so. Und dann gibt es ja immer noch Influencer, die dann halt Sachen verkaufen, wie mit diesen Gummibärchen, in denen übrigens nur ein bisschen Apfelessig drin ist, nimmst du in 90 Tagen so und so viel ab, was absoluter Bullshit ist. Oder Haarkapseln für mehr Haarwachstum und what, wirklich, whatever. Und solche, also das ist so, das, der, wirklich, der allerletzte Scheißdreck. Und da muss man dann einfach sagen, funktioniert halt nur über sehr gut platzierten Vertrieb. Ja. So ein Produkt. Absolut. Ne? Ähm, sowas wie, also Tupperware, viele lieben Tupperware, aber ist auch immer so, okay, also Tupperware kannst du nur so toll verkaufen, weil die, weil die Vertriebsstruktur so. Aber guck mal, Tupperware ist wiederum ein Produkt, was du benutzen kannst und wo du wirklich die Funktionalität halt hast. Genau. Die kann keiner sagen, hö, der hat mir gesagt, ich kann jetzt da Essen reinmachen und das geht gar nicht. Oder ich meine, so, also, oder die Salatsteuder, die steudert Salat, aber ja, okay, aber du hast doch selber entschieden, dass du es brauchst, so. Und es gibt ja wirklich diese Tupper-Verkäufer, die dann wirklich diese Tupper-Partys machen und alles cool, so. Ja. Es ist ja, es ist ja wirklich ein Produkt. Solange ein Produkt das hat oder das erfüllt, was es verspricht, bin ich cool, weil keiner zwingt dich, das zu kaufen. Ein Gummibärchen kann man doch kauen. Ja, aber sie suggerieren dir ja, dass du darauf abnimmst. Und wenn dieser Effekt nicht da ist, ist es für mich Scam. Und das ist Geldmacherei und Leute abziehen. So, wenn ich dir aber eine Tupperdose verkaufe und du der Meinung bist, ja, ich gebe jetzt 30 Euro aus für den Salatschleuder aus Plastik, dann ist es dein Problem und deine eigene Entscheidung, weil du alt genug bist, dass du sagst, mir ist das 30 Euro wert. Ja. Und sie funktioniert aber, sie schleudert den Salat. Hast du eine Salatschleuder? Meine Freundin, ja. Also, meine Freundin schleudert den Salat. Nein, jedes Salatblatt einzeln. Nein. Tatsächlich, wenn meine Freundin in diesem Podcast sitzt. Caro hat bestimmt eine, oder? Nee, Caro wollte immer eine, aber ich meinte immer, wozu? Weißt du, meine ich so, wir können den auch einfach in so einem nuren Sieb einfach kurz ausschütteln. Und wenn da noch zwei, drei Tropfen Wasser drauf sind, esse ich die halt mit. Das stört mich halt nicht. Am Ende ist ja, der Verkauf von den allermeisten Produkten ist ja irgendwie eine einfache Lösung für irgendein Problem, was die Leute haben. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, egal in welchem Bereich, dass die, die ein bisschen erfolgreicher sind und die schon gemerkt haben, dass man für die meisten Ziele, die man wirklich haben will, dafür muss man immer irgendwas tun. Und also selbst der beste Koch, die besten Küche, ich habe ja unter anderem schon Leute trainiert, die Sterneküche und so arbeiten, die benutzen, außer Thermomix haben die alle, relativ wenig fancy Equipment, sondern die nutzen das, was schon immer benutzt wurde. Sterneköche benutzen Thermomix? Geisteskrank, Digga. Wirklich, ja? Ich habe Küchen gesehen, da stehen so fünf Dinger, von denen die machen alles damit. Krass. Thermomix ist ... Kannst du es bitte rausschneiden, weil sonst ... Ja, Werbung. Nee, sonst muss ich die Scheiße auch noch kaufen. Die Schwester von Garo hat sich so ein Teil gekauft für 1,8 oder so. Ja, ja. Und mein Schwager sagt immer so, ja, und was macht sie damit? Milchreis. Er sagt, 1.800 Euro für Milchreis, für zwei Schüsse. Wir haben vier Kinder. Er sagt so, was soll ich mit zwei Schüsse Milchreis? Bei sechs Leuten, aber ja, schöne Grüße. Jedenfalls ist es genauso wie mit dem Krafttraining, mit dem Maximalkrafttraining oder in einem anderen Bereich. Am Ende sind es die Basics, die du immer, immer, immer wieder machen musst und dann Stück für Stück daran anpassen, was dein eigenes Ziel ist. Ich glaube nur, dass wenn man so eine große Aufmerksamkeit bekommt, und groß ist ja relativ, aber diesen Podcast hören, keine Ahnung, pro Tag 2.000, 3.000 Leute. Überleg jeden Tag stehen 2.000, 3.000 Leute vor dir. Ich finde, das ist eine große Verantwortung, auch wenn das vielleicht noch nicht viel ist. Andere werden millionenfach gehört und die haben, glaube ich, nicht so ein gutes Verständnis dafür, was es für eine Verantwortung mit sich bringen würde, wenn die in Person da wären. Und mir persönlich ist das relativ, also ich bin mir, ich versuche mir dessen ganz gut bewusst zu sein und überlege mir deshalb ganz genau, was für Marken und was für Produkte, vor allem ich von den Marken, wenn dann präsentiere. Also wenn man so mal guckt, jetzt auch mal bei Brain Effect, welche Produkte ich da in die Kamera halte, es sind ganz wenige. Weil ich auch bei anderen Produkten manchmal so denke, so, könnt ihr auch wenn das so verkaufen? Wäre schön, verstehe ich nicht zu. Und die Möglichkeit hat man ja, man hat ja die Möglichkeit zu sagen, man nimmt das. Und das habe ich auch bei Vivo Barefoot beispielsweise guten Gewissens immer gesagt, ey, holt euch Barfußschuhe. Weil ich denke, wenn du Barfußschuhe anhast und mehr spürst, wie dein Fuß sich auf dem Boden bewegt, hast du einen Zugang zu mehr natürlicher Bewegung. Relativ einfach. Und Schuhe kaufen muss sowieso jeder. Das ist genauso, wie jeder Proteinpulver kauft. Und dann hat man die Möglichkeit mit Firma XY den einen oder anderen zu unterstützen. Da braucht man noch nicht unbedingt die gleiche Firma. Es sei denn, man kriegt einen guten Betrag für den Podcast. Tipps. Kleiner Pint. Um dann halt auch die eigene Arbeit gewürdig zu bekommen. Weil das ist ja auch Arbeit. Letztendlich ist für mich das Wichtige, diese Verantwortung. Und zwar in allen Richtungen bei diesem Social Media Ding. Weil ich glaube, wir haben da eine Riesenherausforderung vor uns mit diesen sozialen Medien. Weil das eine Macht hat, die alles andere übersteigt. Also Social Media hat mehr Macht als die Schulen, mehr Macht als die Politik. Und wir haben ja in unserem Land nun auch einfach immer wieder Wahlen vor der Tür. Und wir merken ja, was passiert. Und wir merken, was gewählt wird. Und gewählt wird vor allem, weil irgendwelche schwachsinnigen, einfachen Parolen nach außen gebracht werden, die einfache Lösungen suggerieren, die aber einfach nicht der Realität entsprechen. Also auch, wenn wir auf die politische Ebene kommen, den Rechtsruck, den wir gerade haben und die einfachen Lösungen, die präsentiert werden, die haben nichts mit konservativer Einstellung zu tun. Sondern es sind einfach dumme, einfache, schon auch sehr stark gerechte, vermeidliche Lösungen, die am Ende nicht funktionieren werden in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Und trotzdem bekommen sie erstmal den Zuspruch, weil nämlich die anderen Inhaltsparteien es nicht schaffen, ihre Inhalte so auf die sozialen Medien zu bringen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Weil sie sich dagegen weigern. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen, warum ich sage, es soll jeder machen, was er will. Weil ich wünsche mir eher, dass die Leute, die gut sind, aufhören so zu tun, als wäre Social Media was für die Dummen. Und ihr Gehirn nutzen und sagen, nee, wir machen das jetzt so, dass wir besser sind. Und besser bedeutet, dass wir auch dabei angesehen werden. Und das ist ja der Grund, also das ist da der Grund. Die AfD kann man ja nennen, die machen ganz simplen Ausländer-Raus-Content. Und ich glaube, dann werden wir beide auch schnell raus. Du eher als ich noch. Obwohl richtige Haar- und Hautfarbe. Und am Ende würde es aber nichts ändern, weil der Fachkräftemangel, den wir zum Beispiel haben, auch in deinem Bereich, gibt es halt wahnsinnig viele Menschen, die hier von anderen Kontinenten herkommen, die das gerne studieren würden. Und wir deutschen Kinder wollen es einfach nicht studieren. Und das ist unser Problem. Und deshalb finde ich mit diesem Social Media Thema, es muss viel, viel mehr gemacht werden, besser verstanden werden. Und von denen, die wirklich gut sind, die müssen auch die Bereitschaft haben zu sagen, nee, ich weiß es besser und deshalb will ich es besser machen. Und weil oft ist es nämlich so, ja, Social Media ist ja so für Dumme. TikTok ist ja so für Dumme. Instagram ist so für Dumme. Ich mache kein Instagram, ich mache kein TikTok. So. Und dann ist es ungefähr bei LinkedIn so, als würden sich permanent selbst den Schwanz lutschen. So, wenn ich mir LinkedIn-Content angucke. Warst du mal auf LinkedIn? Ich bin halt dort angemeldet, aber ich konsumiere dann nicht. Lies dir mal ein paar Sachen durch. Das ist wie Bewerbungsschreiben permanent. Echt, ja? Ja, ja, ganz schlimm. Und das ist halt so, ich mag das nicht. Also, ich glaube, Social Media ist deshalb auf dem Level, auf dem es ist in Deutschland, weil die besten Leute so tun, als wäre es ihnen nicht würdig, ihr Wissen für umsonst frei zugänglich in die Welt rauszugeben. Mit einer gewissen Qualität. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, du hast ja ganz schnell diese Leute, die urteilen über Leute, die Content createn. Weil viele auch wahrscheinlich nicht diesen Zugang haben, was dahinter steckt. Und es wird ganz schnell auch abgewertet und es wird gesagt, das ist ja gar keine richtige Arbeit. Wenn man aber damit wirklich Geld verdient und wirklich auch Content macht, der qualitativ ein bisschen was zu sagen hat, dann ist das schon Arbeit. Weil so ein Reel ist nicht diese halbe Minute, die du da konsumierst. So ein Reel kannst du schon mal zwei Stunden in Anspruch nehmen. Skript schreiben, überlegen, worüber spreche ich. Du denkst darauf, du sprichst. Ich versuch's, ja. Okay. Also, bei Reels zumindest. Wie formuliere ich die Sätze? Wie formuliere ich sie vielleicht sogar noch so, dass sie viral gehen? Ja, also das heißt, die ersten Wörter müssen so gewählt werden, dass du dir denkst, oh krass, das will ich jetzt hören. Wenn ich sage so, deswegen solltest du Omega-3 konsumieren, denkst du dir so, okay, weiter. Wenn ich dir aber sage, dieses Supplement wird dir helfen bei Fett verbrennen oder das Supplement hilft dir ein Sixpack zu bekommen, ist vielleicht eher so, wo du sagst, hm, hä, okay, warte mal. So, und dann kannst du ja auf die Vorteile von einem Omega-3 gehen und sagen, okay, es hilft dahin, dahin gehen, HDL, LDL und Co. und alles drum und dran. Und dann sind die Leute vielleicht doch affiner, dass sie sagen, ah, okay, doch interessantes Supplement. Das ist doch schon Arbeit. Aber gut, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, so dieses, man hat irgendwie das Gefühl, dieses Instagram und TikTok ist so dieses, kein echtes, äh... Nicht die richtige Welt. Ja, nicht dieses echte Leben und kein Feld, wo man irgendwie investieren muss, weil bringt ja nichts. So denken, glaube ich, viele Ältere, so Generationen unserer Eltern, würde ich mal behaupten. Ich will, dass ein großer Teil der, der wichtigen Politiker so denken und es ist ein großer Vorwurf, den ich auch vielen Politikern mache, die ich trainiere, warum nehmen sie sich nicht ein Team aus drei Leuten und machen Hardcore selbst darstellen und darstellen, was sie jeden Tag arbeiten. Es gibt wahnsinnig viele Politiker, die jeden Tag sich den Arsch aufreißen dafür, dass was passiert und sie schaffen es nicht, sich in der Partei einen Praktikanten zu holen, mit dem sie zwölf Stunden am Tag am Stück live streamen. Du könntest dein Handy nehmen, deinen Praktikanten, unbegrenztes Datenvolumen, du könntest ein Mikrofon, du könntest den ganzen Tag live sein und du hast jemanden dabei, der dich permanent filmt. Das könnte dein Content sein als Politiker und ich sag dir, gute Politiker, wenn die das machen würden, die würden den Leuten zugucken. Genauso wie, ich meine, Handwerker streamen live auf Twitch, wie sie auf einer Baustelle sind. Und Leute gucken sich das an, weil es sie interessiert. Ich glaube, wenn Top-Politiker das machen würden, weil sie sind ja eh öffentlich, wenn sie einfach nur transparent alles zeigen würden, was sie machen und sagen und sie haben Inhalte, die wirklich daran interessiert sind, dass wir vorankommen, dann würden Leute das krass finden und sie würden das wählen und sie würden das unterstützen. Bestimmt, ja. Und weil das Gefühl, man hat ja nicht, das Gefühl hat man ja aktuell. Nicht immer. Also ich muss dir sagen, ich weiß nicht, ob ich mir so einen zwölfstündigen Arbeitstag eines Politikers reinziehe. Ja, aber man könnte ja immer wieder reinschalten. Ja, aber ich glaube da, wenn du Pech hast und du dreimal in so einen Moment rein setzt, wo es halt extrem langweilig ist und nichts zu tun hat, ich glaube, es wäre cooler, wenn so ein Praktik einfach mal mitläuft, YouTube-Vlog, ja klar. Und dann einfach so das Beste zusammenscheinend, das Interessanteste, einfach so dieses, keine Ahnung, wie, wie. Das war die Versammlung, hier war die Versammlung. Genau, wie kann man Gesetze ändern, welche Schritte muss man einleiten, um überhaupt eine Gesetzesänderung voranzubringen. Im Klimagesetz, was wollen wir jetzt machen? Genau, so eine Sache. Und das aber, ich finde, da muss Aufwand betrieben werden, weil ich finde, also da geht es für mich um politische Transparenz und Steuergerder und ich glaube, Steuergerder sind gut investiert, wenn man dafür sorgt, dass die harte Arbeit, ob ich die Ampel jetzt gut finde oder nicht, aber ich glaube auch, dass sie trotzdem hart arbeiten müssen, dass die Arbeit gezeigt wird und was eigentlich bedeutet, weil deshalb haben wir diese Politikverdrossenheit, weil niemand versteht, wie die Politik funktioniert und dann würde man vielleicht auch direkt zeigen, wo man Bürokratie abbauen muss, weil einfach das sinnlos ist. Aber das ist so dieses Anti-Social-Media-Denken. Wir brauchen viel mehr Verantwortung, wir müssen viel mehr darauf achten, was dort passiert. Die Eliten, die Leute, die sich für was Besseres halten, müssen das beweisen, indem sie dann auch die Aufmerksamkeit bekommen und bessere Inhalte machen. Da gibt es ja genug internationale Beispiele, die super krass sind und die krass auf Social Media sind. Absolut. Und in Deutschland ist halt so, ja, ich bin Arzt, ich muss kein Instagram machen. Ich so, nein, du traust dich nicht, Instagram zu machen, weil dir dann jemand sagen könnte, ah, das stimmt ja gar nicht, guck mal hier, die Studie. Das ist nämlich das Ding. Und das passiert ja auch relativ häufig. Und das ist dann so, okay, und dann wackeln halt natürlich diese Statussymbole weißer Kitte und so. Gleichzeitig, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn so Statussymbole imitiert werden, wenn Werbung gemacht wird von jemandem, der keinen weißen Kittel in seinem Berufsempfeld tragen darf, der sich beispielsweise in einem weißen Kittel entstanden über ein medizinisches Produkt redet oder so. Das ist für mich ganz schlimm. Ich meine, ich rede nicht über den Maler, der kann einen weißen Anzug tragen, sondern ich rede darum, wenn irgendwelche Gesundheits- oder Pseudo-Supplements durch so einen weißen Kittel vermarktet werden. Geht für mich gar nicht so. Schauspielerei. Ja, was ist das, was du meinst? Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde aber allgemein, dass das Interesse an Politik mittlerweile ja sehr, sehr wenig bei der Generation Alpha hast du, glaube ich, genannt. Auch bei uns kommt es schon auch wenig an. Ja. Wir sind Z. Nee. Du bist schon Y. Ich weiß gar nicht, wie du... Du bist 91 geworden. 92. 92. Ja gut, wir sind Gen Z. Ja, Gen Y. Gab es nicht Z, dann kamen die Millennials. Nee, Millennials war vor uns. Nee, Millennials waren die 2000 geworden. Millennials ist 2000, genau. Das wäre ja Karo dann in dem Fall, meine Freunde. Genau, wir sind Z. Dann sind wir Z, ja. Ja. Und jetzt kommt die Alpha. Alpha ist nachts, ja, 2010 geworden. Ja, genau. Schon krass, ne? Ja, aber leider ist es halt so, ne, dass die... Nee, zum Glück ist es so, zum Glück pflanzen wir Menschen uns fort, sonst gibt es das nicht. Nein, ich meine zum... Leider für uns, dass die halt null Interesse zeigen an... Und Millennials zeigen schon wenig. Ich glaube, das ist unsere Schuld, ehrlich gesagt. Ich würde, also es ist immer so, ist doch scheiße, dass es kein Interesse zeigen, wieso, wir haben die doch geprägt. Unser Content prägt die doch. Also es ist doch unsere Verantwortung. Ja gut, aber es ist doch nicht unsere Verantwortung, die politisch zu interessieren. Nee, aber... Nee, also ich bin, gut, ich bin ja Parteimitglied. Das heißt, es ist schon... Wenn ich das ernst nehmen würde, wäre das in meiner Verantwortung. Ja, was ist los hier? Genau. Wo ist der politische Podcast von dir? Ja. Ich glaube, Politik findet vor allem außerhalb von Politik statt. Im richtigen Leben. Ja. Aber es ist ja genau das. Es ist ja die Aufgabe der Generationen, die die Welt gerade führen und irgendwie lenken, dafür zu sorgen, dass das interessant ist. Ja. Dass die, dass die nächste Generation verstehen, du, das ist das Leben. Also das ist das, worum es geht. Das bestimmt darüber, was passiert. Das ist das eigentlich ja das Wichtigste. Ja. Und nicht das Uninteressanteste. Ja. Und wenn man oft das Gefühl hat, ist ja egal, was man will, das ändert sich eh nichts. Ganz schlechtes Gefühl. Ja, ja. So. Was immer krass ist, ist, wenn du überlegst, diese ganzen Alpha-Generationskinder, wenn die mal wirklich in den Genuss kommen würden, sage ich mal jetzt. Keine Ahnung wie, aber lass sie mal wirklich diese Chance bekommen, Influencer zu werden, ja. Und ich habe jetzt ein paar Influencer gesehen, die, sage ich mal, 17, 18 sind, die auch in gesponserte Athleten sind, die ihre 10.000, 15.000 Euro im Monat verdienen. Ganz entspannt. Was denkst du, was die für eine Arbeitsmoral haben? Meinst du, die könnten acht Stunden am Tag irgendwo arbeiten gehen für 2.500, 3.000 Euro? Nun dann nicht mehr. Ja, niemals. Und stell dir mal vor, Social-Media-Karriere bricht mal ein. Was machen die dann? Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir auch gerne mal wünschen. Weil es diese Realität mal brechen würde. Ja, das würde mal so ein Schlag in die Fresse sein, wenn die mal merken, oh, ich kann mir mein AMG gar nicht mehr leisten. Aber man verdient ja auch nur Geld, auf Basis dessen, dass ein anderer meist sehr, sehr schlauer Kopf ein System an Unternehmen gebaut hat, das das zulässt. Und der Markt, naja, auf jeden Fall. Also im Fall ESN beispielsweise und Monotrition, das gibt, also die Leute kaufen ja die Produkte und das basiert erstmal darauf, dass die Produkte von Grund auf erstmal nicht scheiße sind. Aber ich glaube nicht, dass die, also ja, Wenn die Produkte total scheiße wären, Nein, du hast recht. Dann würde die niemand kaufen. Die Produkte sind schon gut. Also, klar. Aber jetzt ist die Frage, Und die Frage ist auch, wie lange macht so ein Unternehmen das mit? Vielleicht sagt irgendein Unternehmen, wir sind jetzt so bekannt, warum sollen wir das machen? Ja. Kauft eh jeder bei uns. Ja. Ja, deswegen sind auch dementsprechend so eine Unterschiede auch innerhalb der Social Media Gehälter, sage ich mal, und den Verträgen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich glaube nicht tatsächlich, dass, also zu einem bestimmten Bruchteil hast du recht, ja, von dem 15.000 sind vielleicht zwei, drei geschenkt, weil die Produkte so gut sind. Im Sinne von, die werden so verkauft worden, ob das jetzt mit Code Fritz oder Flex oder Dings ist, ist egal. Aber ich glaube schon, dass das an sich der Content ist, der so in der Community ankommt, der dazu dient, wenn einer, weiß ich, 16-, 17-jährige Athletin sagt, ich bin jetzt mit 17 das erste Mal auf der Bühne und habe morgens meinen Shake getrunken, abends meine EAAs konsumiert und Glutamin und das und das und das, dass dann viele Mädels sagen, oh, das mache ich auch. Und die dann auch dazu greifen werden, aber in 99% der Fällen nicht mal ansatzweise so aussehen werden irgendwo, aber trotzdem immer wieder wird es respint und immer wieder wird monatlich eingekauft und du prägst ja nach dem ersten Mal einer Bestellung den Code bei jemandem. Wenn jemand mit deinem Code irgendwas bestellt, zu 99% der Fälle wird er wieder mit dem Code bestellen, weil er merkt sich den Code einmal und weiß, egal was ich bestelle, ich gebe einfach den Code ein. Code Fritz bitte. Und dann ist quasi durch. Und das ist halt das Krasse, wenn du jetzt überlegst, dass da wirklich jemand ist, der noch zu Hause lebt, zur Schule geht. Stell dir mal vor, du hättest in der 10. Klasse oder 11. Klasse 15k im Monat gemacht. Also Respekt, dass sie überhaupt noch zur Schule geht, weil ich weiß nicht, ob wir beide dann gesagt hätten. Das ist übrigens genau das Fußballer-Phänomen. Ja, genau. Das ist genau das Gleiche wie im Fußball beispielsweise, dass ganz wenig Verständnis dafür ist, wie viel man in der richtigen Welt eigentlich dafür tun müsste, so viel Geld zu verdienen. Genau. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass das bei mir nicht so war und dass ich sehr hart dafür arbeiten musste und muss für alles, was ich habe, weil ich es deshalb zu schätzen weiß, weil ich in der Relation auch sehe, was andere machen müssen und vor allem was für Tätigkeiten andere machen, wo ich sage, auch wenn ich mit einem Handwerksjob, wie zum Beispiel Gas, Wasser, Sanitär, sicherlich die gleiche Karriere machen könnte. Ich bin sehr froh, dass ich meine Tätigkeit machen kann und auch wenn ich, ich arbeite jetzt auch 14 Stunden am Tag und das fünf Tage die Woche, vielleicht mal nur vier Tage die Woche und den anderen nur acht Stunden. Ich arbeite mehr. Samstag, Sonntag auch noch. Aber ich arbeite und ich habe was zu tun, ich mache was, ich stehe für was auf. Wenn du nur dafür aufstehst, dass andere dich im Internet angucken, wie du irgendeine Scheiße machst, habe ich nicht das Gefühl, dass du lang nachhaltig so einen großen Wert mit deiner Aktivität verbinden kannst, weil du eigentlich dabei außer irgendwelcher fingierten Zahlen nicht viel kreierst, worauf du später zurückgreifen kannst und sagen, guck mal, das haben wir da gemacht, überleg du mal die Story hier vom Gym, als wir angefangen haben und mit Nico und mit all dem, was passiert ist. Ich kann halt, ich habe halt mit meinen Händen was gemacht. Das ist genauso wie bei dir mit den ganzen Projekten, die man gemacht hat. Man sieht halt Dinge, ach, in dem Haus habe ich das gemacht, hier habe ich das gemacht. Das ist emotional gesehen, glaube ich, auf lange Sicht viel mehr wert und ich merke das im Fußball immer wieder, weil ich da ja auch familiär immer so ein bisschen drin bin. Ich bin froh, dass ich, so wie mein Leben jetzt war, kein Profisportler geworden bin und dann wäre ich jetzt ja immer noch davon abhängig, dass irgendein Trainer oder Manager in dem Team sagt, ach, den Fritz, den will ich haben, der ist jetzt ein bisschen erfahren, gib dir mal ein bisschen mehr Geld, sondern ich kann das alles selber erreichen über das, was ich kann und vor allem danach, wenn das mal abläuft. Ich meine, wie viele Influencer kennen wir, die abgestürzt sind, die insolvent sind, die, wo du fragst, was macht der jetzt oder was macht der jetzt nächstes oder ich kann mir vorstellen, das wird immer dieser Kreislauf sein, weil du ja gar kein Gespür dafür hast, was das eigentlich bedeutet. Gleiches mit diesem, also, ich bin eigentlich ganz froh, wie das ist. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja die Erfahrung selber machen können, dadurch, dass ich ja aus einem Elternhaus kam, wo das Geld jetzt nicht im Überfluss da war, wofür ich auch, also was heißt dankbar, im Sinne von, ich bin froh, dass es so war und meine Kindheit dementsprechend geprägt hat und ich wusste, okay, man muss für sein Geld was tun. Dann gab es ja irgendwann den Fall, dass ich ja dann irgendwann alt genug wurde, dass ich halt selber meine Brötchen verdient habe oder beziehungsweise mein Geld verdient habe und da war es halt dann so, dass man für sieben Euro die Stunde auf der Baustelle gearbeitet hat und Abrissarbeiten gemacht hat und dann ist man halt vom Dachgeschoss wieder runtergerannt mit einer Tuppe auf der Schulter, hat es in einen Container geschmissen und ist dann halt bei hundertmal Euro runtergelaufen und hat dann am Ende des Tages einen Fuffi gehabt. Also so hochgerechnet, wenn du dann überlegt hast, du gehst mit diesen 50 Euro essen. Also ich habe für mehr schwarz auf dem Dach gearbeitet. Echt? Ja. Ich habe sieben Euro bekommen die Stunde, aber worauf ich hinaus will, ist, du hast dann aber nicht Tagesverdienung seit einem Fuffi gehabt. Dann gehst du aber, keine Ahnung, dir einen Döner kaufen mit Getränk, hast du schon 10er weg und dann denkst du dir so, Alter, dafür habe ich anderthalb Stunden jetzt gearbeitet? Also diese Relation war einfach viel stärker da für mich, wo ich gedacht habe so, nee, weißt du was, ich esse jetzt lieber zu Hause, ich koche mir was. So spare ich noch Kohle. So. Und das war auf jeden Fall deutlich stärker bei mir und was ich aber, was jetzt negativ ist, was ich merke auch, desto mehr Geld ich verdiene durch meinen akademischen Beruf, desto mehr verschwimmt es, dass ich sage so, früher hättest du gesagt, 100 Euro hätte ich gesagt, boah, Stange Geld. Jetzt sind 100 Euro so, ja, hier nimm. So, ich denke gar nicht, also so 100 Euro sind für mich so ein Betrag, der ist so fließend weg, so juckt mich nicht. Ja, manchmal fühle ich mich auch schlecht dafür, habe ich jetzt so geguckt, ich bin jetzt am Wochenende Podcast in München, so Aufnahmen machen, habe ich so geguckt, okay, Hotel, überall, preiswerte, dann gucken wir so, okay, was ist Freitagabend, bin mit einem Kumpel da, gehen wir Spa und dann so 100 Euro für Spa ist so, na gut. Und dann denkst du zum Beispiel so, bist du behindert? Ja, aber auch so andere Geschichten, so keine Ahnung, du kaufst dir dann einfach irgendeinen Müll, den du gar nicht brauchst und da muss ich wieder ein bisschen an mir selbst arbeiten und einfach so ein bisschen zurückrudern und einfach, ja, weil ich lasse mich auch voll schnell dazu verleiten, weil ich denke mir so, ich habe es ja, also kann es ja auch ausgeben, aber wozu? Weißt du, diese Frage ist, brauche ich jetzt wirklich eine dritte Kamera? So, brauche ich jetzt nochmal eine Funkstrecke, weil die hat eine USB-C-Anstrecke, kann ich nicht die andere benutzen, die einfach ein Kabel hat, so, unnötig, aber du willst es aber trotzdem haben und denkst dir so, ja doch, ich hole es mir und dann holst du dir das und dann benutzt du es dreimal und danach liegt es irgendwo in der Ecke und dann holst du es irgendwann nach einem Jahr wieder raus und denkst dir so, ach, es gibt schon die neue Variante, schon wieder eine neue Variante davon, wo du denkst so, ey, wozu? Brauchst keine neuen Gadgets, um bessere Sachen zu haben. Null, absolut gar nicht und das wissen wir beide besser als, aber wir haben es halt, trotzdem. Man gibt es halt, also man gibt es halt wirklich oft unnötig Geld aus, aber ich über, wieso hast du drei Fahrräder so, ich meine, das weiß ich nicht, warum hast du eine S-Klasse? Ja gut, aber, ja, aber warum fährst du, weißt du, du kannst ja nicht drei Fahrräder gleichzeitig fahren so. Richtig. Welches Fahrrad fährst du am häufigsten? Äh, na, das Rennrad zum Rennradtraining und sonst mein anderes, ich hab ja nur zwei. Hast du nicht da vorne nochmal zwei stehen? Ne, das hab ich aber nicht, hab ich aber für Mia. Ach so, okay. das hab ich ihr, das, sie würde sagen, es ist ihrs. Okay. Quasi. Okay, na gut, dann haben wir es geklärt. Okay, du hast zwei Fahrräder. Ist wie bei deiner Salatschleuder. Okay, okay, verstehe. Aber gerade gucke ich, welchen Kabelzug ich mir fürs Gym hole. Ja. Schon wichtig. Also Kabelzug kann man auch irgendwo nachvollziehen, ja. Ja, auch zwei. Auch zwei. Klar. Damit die gegenüberstehen können, damit es cool aussieht. Ja. Siehst du? Ja. Und deshalb hat man dann auch drei Kameras. Absolut. Ich weiß nicht, ob ich eine vierte brauche. Bestimmt. Ja. Aber das ist genau, also um das ganze Thema irgendwie abzurunden mit diesem Social Media, ich glaube, es geht wirklich viel um Verantwortung. und ich glaube, die Verantwortung liegt eher bei denen, die prägen und bei denen, die das alles jetzt gerade verantworten und so ein bisschen in der Verantwortung dafür sind, wie das Ganze in den nächsten Jahren aussieht. und viel weniger beim Konsumenten, sondern viel mehr bei denen, die langfristig sich gerade Gedanken darüber machen müssen, wie wir mit unserer Identität irgendwie weiterkommen. Also Eltern für ihre Kinder, Politiker für unser Land, große Firmen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter auch für ihren eigenen Arbeitsplatz. Also man muss so ein bisschen verstehen, was hat man, was kriegt man und was bedeutet es auch, weil ich glaube, immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein. Da muss man manchmal vielleicht auch über den Zyklus von 31 Tagen hinausdenken und vielleicht mal schauen, ey, vielleicht will ich auch noch zehn Jahre meinen Arbeitsplatz haben. Was muss ich dafür tun? Nicht, dass irgendwann mal jemand sagt, ach du, deine Aufgabe kann jetzt übrigens künstliche Intelligenz auf Wiedersehen. Weil das wird, glaube ich, in vielen Bereichen dann schnell auch mal passieren. Und das haben die, die gesagt haben, wir sind die Letzten, die ersetzt wurden, wurden im letzten Jahr, glaube ich, als erstes ersetzt. Also wenn ich jetzt überlege, ganz viel von den Medienarbeiten, die wir machen müssen für das, was wir machen, kann künstliche Intelligenz ziemlich gut. Ja, absolut. Und wer die auch gut kann, sind 16-jährige Counter-Strike-Zockende und die haben nicht Marketing studiert und die können das besser, weil die gucken sich nämlich einfach 20 Stunden YouTube-Tutorials an und dann können die das. Also wenn ihr gerne ein bisschen beitragen wollt zu diesen YouTube-Kanälen und so und ihr habt irgendwie Bock, euch das selbst beizubringen, meldet euch bei uns. Wir helfen da immer sehr gerne. Aber wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich bin Videograf und ich habe hier irgendwie dies und ich so, wie viele Videos schaffst du in der Stunde? Zu wenig. Ja. So, ne, also Verantwortung. Ich glaube, man muss halt einfach so ein bisschen fragen, so, was hat man selbst in der Hand und was ist es einem wert? Und dieses Ganze mit dem Geld für die Influencern, am Ende muss man sagen, es sind immer noch ganz, 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 ganz wenige, die damit wirklich Geld verdienen und der Rest konsumiert. Dementsprechend ist es fast auch schon wieder okay, ich finde trotzdem, es ist zu viel Geld. Definitiv. Klar. Also es ist Ungerechtheit gegenüber anderen Arbeitsplätzen, die deutlich wichtigere Rollen einnehmen in der Gesellschaft. Also ich würde sagen, es ist gerechtfertigt, finanziell, aber nicht fair. Findest du, dass es gerechtfertigt ist? Na, weil der Markt gibt es her, das Geld gibt es her. Okay. Und ich denke einfach, dass wir aber weniger wert, den, also es gibt viel wichtigere Dinge in unserer Gesellschaft, die einen viel höheren Stellenwert haben müssten, denen wir diesen Stellenwert aber nicht zuschreiben. Pflege, Erziehung, genau, Bildung, wenn ich mir überlege, dass jeder Hans Wurst Lehrer werden kann, dann will ich nicht, dass die meine Kinder irgendwann unterrichten. Aber das hat ja was mit Wert zu tun und Wertschätzung und den Wert schätzen wir offensichtlich in Bildung und Erziehung und Krankenversorgung wesentlich weniger als in, kauf dieses Proteinpulver, damit du auch so einen kleinen Arsch bekommst. Aber dafür sind wir sehr verantwortlich, so ein bisschen. Absolut. Einfach ohne Code kaufen. Nein, bitte nicht. Je nachdem. Aber das, am Ende, man muss, darum geht es, glaube ich. Absolut. Ja, aber ansonsten können ja die Zuschauer mal gerne reinschreiben, was sie dazu denken und ansonsten uns gerne mal einen Ball zuspielen, welches Thema wir als nächstes beleuchten, besprechen sollen. Genau, haut immer gerne Kommentare, Themen unten in die Kommentare und ansonsten, tschüss. Na, und folgen, Folgen, vor allem am Ende des Podcasts immer machen, wo die Leute schon abgeschaltet haben. Dann machen wir jetzt einen Cut und dann machst du es in die Mitte einfach so. Folge uns bei Instagram und Co. Nein, bis zum nächsten Mal Leute. Tschau.